Ich versuche jetzt noch, all diese Sprüche reinzukommen. Habe die Ehr? Was heißt das? Es ist einfach eine Begrüßung. Okay, gut. Servus und so weiter. Und auch das Essen. Für mich ist es einfach so, dass man immer ein besseres Gefühl hat mit den Leuten, wenn man sich diese Mühe macht. Ich habe jetzt München auch besucht, ich habe andere Sachen gemacht. Wir haben auch hart trainiert. Also ich mache nicht nur das, wir haben auch hart trainiert letzte Woche. Aber den extra Schritt will ich schon machen. Und für mich ist es einfach ganz wichtig, aber ich bin nicht der Einzige. Mein Staff macht genau das Gleiche. Und am Ende hoffentlich in den nächsten vier oder fünf oder sechs oder sieben Jahren sind wir, wieso lacht ihr alle? Aber sind wir eigentlich alle adoptierten bayerischen Leuten? Ich habe das Gefühl, ich werde das nicht hatten. Wir haben unbereibtisch.